Kultur, Kunst, Faszination. Italien, Land der Genüsse. Wir nehmen Sie mit und zeigen Ihnen La Dolce Vita. Mit Michelangelo unterwegs, in Italien zu Hause, heißt mit Gusto Italien erleben und genießen. Unter Freunden, mit Freuden. Mit uns entdecken Sie Il Bel Paese mit all seinen kulinarischen Reichtümern und lernen Land und Leute kennen. Wir organisieren für Sie von A bis Z enogastronomische Rahmenprogramme mit Verkostungen jeglicher Art. Ob Wein, Grappa, hochwertige Olivenöle, exzellenter Balsamico-Essig aus Modena, Culatello-Schinken oder den berühmten Parmesan. Bei geführten Besuchen bei ausgewählten Herstellern gewähren wir Ihnen Einblicke in die Produktion bekannter italienischer Spezialitäten. Wir gehen mit Ihnen auf Trüffelsuche, stöbern auf Märkten und organisieren Kochkurse bis hin zum Show-Cooking. Tafeln in einzigartig schönem Ambiente, Eisessen in einer Gelateria, das Flair einer typisch italienischen Piazza bei Cappuccino oder Espresso gehören ebenso dazu wie exklusive Weindegustationen, Dinner in privaten Villen oder ein Aperitivo vor atemberaubender Kulisse. Auf Wunsch arrangieren wir nach Ihrem Gusto maßgeschneiderte Lösungen für Ihre ganz persönliche kulinarische Incentive-Reise. Mit Michelangelo erleben Sie italienische Lebensfreude pur, lernen Sie echte Gastfreundschaft kennen und tauchen Sie ein in die italienische Esskultur. Bereichern Sie Ihr Programm mit Gusto mit Michelangelo International Travel.